For the craziest Minecraft Seed of all time, YALA REIN! Oh, ist so leise. This Minecraft Seed is really crazy. Have I already got the achievement for it? I will... This Minecraft Seed is extremely crazy. Brilliant! Wait... Wait, was, was... So ein Auge gefällt? Okay, die ist echt groß, WTF. Oh, my God. Look at this cave. Oh, my God. Die ist echt schön groß. Das ist ja... Warte, 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 stopp, stopp. Das ist der Clip. Und der ist einfach gefakt. 1, 2, 3, 4, 5... Was? Das ist ultra rare. Was? Nein! Was? Was? You've never seen this before. This villager had a dungeon in his backyard. What is that? His simple spawned with zero loot as a ravine spawned below it. Oh, no! GG. Would you get a weird spawn location? I've got a bomb. Why am I on a tree? This guy found a large waterfall on the side of this snowy mountain. Das sieht geil aus. When you find a god apple. Ah, vorhin nehmen wir erst den OP-Gab hier drüben mit. Sekunde. Hell yes. Ah, let's go! Junge Cardscrafter. Junge Cardscrafter. Junge Cardscrafter. Junge Cardscrafter. Junge Cardscraper. Wow, es fliegt einfach. This heat spawns you on this big chunk. Wow! Wow! Wow, gamers react! Wow, gamers react! Haha, ich hasse Tian, dass der deswegen reinkommt. Ey, nee, man. Digga er nimmt die komplett um. Junge, was ist das für ein Berg? Aber das sieht geil aus. Ja gut, die sind schon ein bisschen auseinander. Das ist möglicherweise das größte Kaffee der ganzen Kaffee. Das ist fantastisch! Dieser Mann hat ein Village gefunden, das ein Haus in der Kaffee hatte. Oh mein Gott! Jetzt werden die Kaffee noch verrückt. Dieser Mann hat ein Untergrund-Village gefunden. Oh ja, wir sind in einem neuen Territory. Ein Untergrund-Village? Digga WTF? Okay, es sieht auch ein bisschen so aus, als wäre das da reingebaut worden. Aber wenn es Reed ist, ist es schon geil. Ich wusste nicht, dass es existierte. Nur die Pros haben das Glück. Oh mein Gott! Nur VTF! Digga, wie viele hat er gefunden? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich brauche noch einen. Er hat legit X-Ray. Oh! 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 Hallo Tjan! GG, OP-Gab. Digga, btf! Ich dachte gerade, das ist wichtiger. Aber es ist einfach irgendjemand mit der End-Gab. Nein. Digga, das ist einfach keine Lava. GG, Redzone, JoCraft. Das habe ich auch gesehen, aber ich glaube, dieses Seas hat der von so einem Minecraft-Reddit. Da bin ich auch drauf. Shit. Ich kenne den Seas schon. Teil dieser Village spawnt in einem Cave. Warum sind heute so viele Cave-Villages? WTF? Das ist halt dumm. Was? Nee, oder? Das ist so krass selten. Oh mein Gott! Hä? Sind Schallplatten so selten? Ich check's nicht. Dieser Mann hat einen 17-Diamond-Vane gefunden. Puh! Ich hab mehr. Das ist das beste Desert Island ever. Korallen, Ozean, zwei Schmieden, Rune Portal und Wüstentempel. GG. Direkt mein Versuch gespielt. Und es hat einen riesigen Lava-Pool. Junge, diese Sound-Effekte. Ich komm nicht mehr an. Du willst einen Netherite, aber ich hab fünf. Er hat X-Ray. Danke, Notch. Okay. Oh mein Gott, es gibt vier. Oh mein Gott, es gibt einen anderen. Jungs, das war so gescriptet. Was hat er gefunden? Ich hab's nicht gelesen. Bro? Hä? Was war denn da? Ach so. Was? Bro? Iceberg! Äh... Was? Herzlich willkommen zu Paper. Die beste Minecraft-Server-Version. Ey, ist das nicht mittlerweile normal? Wow, was ist das denn? Das ist eine große Herausforderung, oder? Ja. Du bekommst nicht einen Tiss. Es ist keine Chance. Du bekommst einen Tiss. Du bekommst einen Tiss. Als ob ihr das jetzt hittet. Halt's Maul. Holy Shit. Oh mein... Was? Okay. Uh... Das ist krass. Das ist krass. Oh mein Gott. Ich höre wie er da mit seinem Fernglas rumguckt. We have half a stack. Iron... Uh... Iron... Oh, da ist ein OP-Gab drin. Ich hab noch nie ein OP-Gab in Mindshift gefunden. Ich will nicht mehr. Oh, die besten Clips! Nein. Achso, 6 Auge. Was ist Pogler? Was? Pogler? Wait... Der Mann spawnt unter der Wasser. Ich spawnte unter der Wasser. Gämmere reagieren? Mann, Digga. Der war 5. Oha, Junge. Ja, das ist so geil Einmal wünsche ich mir das, einmal Oha Okay, nee, das ist nicht rare Das ist schon eigentlich oft Das ist eigentlich schon oft Ja, okay, sorry, gell Nur er, aber so viel hatten wir auch schon Amazing Bye, bye Junge, er hat 50 Screenshots gemacht, er konnte es kaum glauben Banger Video, gib ein Like Yeah